Hallo liebe Community und willkommen zur zweiten Crypto Challenge. Dieses Mal etwas schwerer. Letztes Mal war sehr sehr einfach, so einfach, dass ich nur im Discord das Ganze aufgelöst habe. Wenn ihr die Lösung sucht, schaut einfach mal im Discord Announcement Channel nach. Dieses Mal ein gutes Stück schwerer hier. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Knobeln. Hier ist auch schon wieder die Challenge für euch und ich erzähle euch ganz kurz noch nebenher was zur anderen Challenge. Das war tatsächlich Freimaurer-Code und das ist tatsächlich ein Code gewesen, der benutzt wurde von den Freimaurern, um dann tatsächlich den auch militärisch einzusetzen. Schon ziemlich beeindruckend, wenn man sich das mal so überlegt, dass sowas auch wirklich zum Einsatz gekommen ist. Der jetzige Code, der ist etwas aktueller. Der wurde auch schon bei verschiedenen Kryptoproblemen in der realen Welt, ich kann nicht mehr sagen, sonst spoilere ich euch. Kryptoproblemen in der realen Welt eingesetzt und es hat nichts mit Brutforce zu tun. Ihr müsst überhaupt nichts Brutforcen, ihr müsst nur euren Grips einschalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß wieder mal und wir hören uns bei der Auflösung. Bis dann, ciao.